Mama, das Süßen. So, jetzt spielen wir noch mal ein bisschen Battlefield 4. Machen wir ein kleines Video dazu. Mal ein bisschen Panzer fahren. Machen wir dann den Panzer. Da steigen wir mal den Panzer ein. So. Bumm, 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 bumm. Wacht der hier. So. So. Würde ich mal sagen, lassen wir jetzt wohl hier durch. Oh, krass. Bisschen Tempo, weil ich bin da. So. Zange mal zu, ey. Mal ein Gefehl anfordern. Ja, wenn ein Gefehl drehen will, dann muss man nicht mal anfordern. Ey. Da muss ich nicht anfahren. So. Gut. Mal gucken, ob wir dann alles so raus sind. Komische Mauer. Oh, bis gleich. Ich hab den feindlichen Helikopter genau östlich von dir gesichtet. Ich hab den feindlichen Helikopter genau östlich von dir gesichtet. Oh, oh, oh. Wann sollen wir die Bauern anfangeln? Wann sollen wir nicht einmal gut achten, bis ihr eben wach? Wann sollen wir nicht einmal gut achten, bis ihr eben wach? Da ist ein feindlicher Panzerjäger. Soll ich von dir. Da warte Befehle! Ah, 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 ah! Das scheint ein feindlicher Panzer zu sein, letztlich deiner Position. Achtung, Ansatz zu, Bravo, Wurzel und Tonisier. Ach, wenn der Ton so leise ist, rippt man auch laut. Jetzt kommt man noch eine andere Ecke. Ach, da sitzt ein Zug nicht. Hier, David. So, holen wir's dann jetzt mal. Holen wir's mal. Ah, hier, F-35, das ist so ein Ding. Das ist ja mal Kenny-Apparacke. Das ist doch mal an, hier. Ich will nicht spielen. Mal, ich fällt gleich an. Ach, das Ziel einfach wurde neutralisiert! Oh ja! Zieh zu neuere Zieleleitierung! Das ist nicht das eindeläch. Krassungs. Das war's. Wir haben eine noch. Wir stellen uns mal ab. Wir holen noch mal die Flagge C. Herr Faktiksoldat, wie hat sich in der aktuellen Position gesichtet? Schwing den Ruf, Mann! Wir sehen weiter. Schwing den Ruf. Östlich von dir ist ein feindlicher Soldat. Wir haben Einsatzziel ECO neutralisiert. Ich habe den feindlichen Soldaten in eurem Bereich gesichtet. Da war einer. Einer ist ja noch einer. Ich hab's gesehen. Ich hab's doch gesagt. Wenn einer mischt man hinten, dann nimm ich dich selber von hinten. David ist immer noch Erster. Drüben der Chesel James Pole. Ey, das hat er dann hier. Das war der absolute Freak hier. Max, du treibst mich schon nur in der Panzer fahren. Was ist das, was ich vermissen habe? M1A1. Ambulikanischer Kampffanzer. Hier müssen wir doch mal... Ich habe schon keine Geräte an, vor allem, weil ich hier einen Rohr hat. Soll ich dein Fahrzeug reparieren? Dann können wir mal gucken. Ganz recht dahinten ist die IAA. Ich hab'n feindlichen Alien in Sicht. Aha, wo ist denn? Ich mach'n drauf. Tatsache! Hahaha! Ihr müsst dieses Einsatzviel angreifen! Ich hab' Sichtkontakt zu einem feindlichen Flieger. Öffentlich deine aktuellen Positionen. Ich hab'n feindlichen Panzer in Sicht. Ich hab'n feindlichen Panzer in Sicht. Ob Vord ambiente sind... Ich hab'n feindlichen Panzer in Euremme gesichtet, over. BIInnen! Uiih!! Denées doch einiges kriegen müssen. Len boa... Was tun wir denn hier? Ich habe Sichtkontakt mit einem freitigen Startschutz. Östlich von mir. Achtung, Einsatzziel Echo wurde neutralisiert. Feindlicher Panzer, östlich von mir. Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Echo. Ja, 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 Manns. Los, das war's los! Ich habe einen feindlichen Schauschitz. Genau, wir haben sich deiner aktuellen Stellung errichtet. Ich habe einen feindlichen Panzer in Sicht. Augen offen halten. Ich habe einen feindlichen Panzer gesichtet. Achtung, Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Charlie übernommen. Achtung, Einsatzziel Bravo wurde erobert. Ich habe Sichtkontakt mit feindlichen NG-Schützen. Südlich deiner aktuellen Stellung. Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert. Einsatzteil Charlie wurde neutralisiert. Ich hab den feindlichen Helikopter gesetzt. Na, dann ist ich da. Das ist eine geile Sache. Macht er dann da. Rufsport. Wir haben Einsatzstil, Echo von der. Das ist ein feindlicher Scharfschütze. Höchstlich von dir ist ein feindlicher Scharfschütze. Da ist ein feindlicher Scharfschütze. Das ist ein feindlicher Panzer. Ich hab gerade den feindlichen Panzerjäger genau östlich deiner Position gesichtet. Mein Fahrzeug muss repariert werden. Anscheinend ist östlich deiner Position ein feindlicher Helikopter. Ich hab ein feindliches Fahrzeug gesichtet. Hey, kann ich mitfahren? Das ist ein feindlicher Scharfschütze. Ich bin ja so kollegial. Ich bin ja so kollegial. Öffentlich deine Position wird ein feindlicher Scharfschütze vermutet. Ich habe einen feindlichen Envierschütze öffentlich deiner Position gesichtet. Wir warten gerade am Einsatz Ziel Echoneutralität. Ein großer Pandan erschossen in den Händen im Arsch. Dieser kleine James ist der Sack. Jetzt wird hier ein paar Dings, denke ich. Ich weiß nicht, was es heißt, aber ich habe nur eine gewisse Anzahl anschließend abgegeben. Das Ding ist so heiß, heißer wie mein Ding, dann läuft er dann mehr. Ich habe einen feindlichen Heli gesichtet. Da schüttet ein feindlicher Helikopter zu schützen. Wir sind nicht in der Position. Ich fängt alle in den Arsch. Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen. Ich habe einen feindlichen Panzerjäger genau westlich deiner Position gesichtet. auf dem Feld. Wir sind immer hier auf dem Feld. Auf dem Feld. An dem Feld. Oh, jetzt flieh ich hier. Da hab ich doch keine Chance, Franz. Kannst du nicht auf einen Daniel schießen, der keine Chance hat. Da hab ich doch Dickfälle auf dem Kopf stehen. Ah, Bro, Wotnick, MV, aha. Unsere Leute denken sich von Armen aus. Statt man einen guten Namen nehmen, die Leute haben einen Frauen. Schauen wir mal rum bei den neuen Klacken. Da ist ein Voli, bei E. Anscheinend ist nördlich deiner Stellung ein feindlicher Panzerjäger. Jetzt ist er da jetzt auf mich. Ah, Franz, war doch nicht klar. Ist ihm so ein breitweilig breitweinlicher Hinblick, der da von hinten mit seinem Tocht kommt und in den Bisch reinsteckt. Ist doch wohl völlig logisch. Hätte ich schon anders gemacht, gell? Doch, nein. Ich brauch ne Windfahrgelegenheit. Das hab ich so ein Ding. Glaubt doch, oder? Ja, ich hab'n feindlichen Panzer gesichtet. An alle! Einsatzstil Charlie wurde neutralisiert. Lack einnehmen. Ups! Da hätte ich irgendwas sitzen bleiben können. Da kann ich auch noch nennen, da oben. Nee! Von weg, von weg! Äh, weg von mir, weiß ich. Von weg. Hier hab' ich die neben bisschen Lippe auf, gell? Guck dich schon an, der Typ, Mann. Der hat nicht nur die Lippe auf. Der hat ganz den Arsch auf. David, das ist gut. David 140. Das ist... Einsatzstil verteidigen! Ihr müsst dieses Einsatzstil verteidigen! Verteidigt dieses Einsatzstil! Ich hab'n feindlichen Jet gesichtet. Ich hab'n feindlichen Flieger, heißt nicht deine aktuellen Stellung gesichtet. Ich hab'n feindlichen Jet gesichtet. Achtung! Wir haben Einsatzstil Charlie verloren! Achtung! Wir haben Einsatzstil Charlie verloren! Ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet! Ja, ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet! Ich hab'n feindlichen Panzer gesichtet! Stop dancing about! Ja, fertig! Ihr müsst dieses Einsatzstil angreifen! Ihr müsst dieses Einsatzstil angreifen! Wir haben Einsatzstil Charlie verloren! Greif dieses Einsatzstil ab! Wir haben Einsatzstil Charlie verloren! Ich hab'n feindlichen Panzer gesichtet! Oh! Donnerstag! Ich hab'n feindlichen Helikopter geschenkt! Ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet! Das ist das kräftige Helikopter! Oh! Das kann ich nicht gut nehmen! Ah! Ich hab'n schon einmal auf der Arbeit! Ich schieß' jetzt kurz Spezial und da das macht man ein. Greift an! Dieses Einsatzziel! Ich habe einen feindlichen MG-Schützen genau erst durch deine Stellung gesichert. Möchtest du nicht mehr bezorben? Alleine ist ich dies ja gestorben. Greift dieses Einsatzziel an! Leuglich von dir scheinen feindliche MG-Schütze zu sein. Wir rocken mir die Sache ja mal. Jesse James, betreibst du dich schon? Greift das Einsatzziel an! Wir haben keine Flakten. Wir müssen dieses Einsatzziel angreifen. Boom! Einsatzziel Bravo wurde neutralisiert! Einsatzziel Bravo wurde neutralisiert! Ich habe einen feindlichen Panzer gesehen! Ups! Never! Komm, let's go party! Feindlicher Panzer! Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzer! Erstlich in der aktuellen Position! Greift dieses Einsatzziel ab! Ich habe einen feindlichen Panzer gesichtet! Leuglich von dir scheint ein feindlicher Panzerjäger zu sein! Ich habe einen feindlichen Helikopter gesichtet! Ich habe den feindlichen Helikopter gesichtet! Ich habe den feindlichen Helikopter gesichtet! Oh, das hat sich verloren! Haha! Das ist so geil wie mein Ding! Ihr müsst dieses Einsatzziel verteidigen! Verteidigt dieses Einsatzziel! Greift das Einsatzziel! Ich habe den feindlichen Panzerjäger erstlich von dir gesichtet! Ich habe den feindlichen Panzerjäger erstlich von dir gesichtet! Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzerjäger! Südlich von dir! Südlich von dir! Ja, erst am Leiden! Sieh mal zu ihr! Ich bin noch mal wünschen Abend! Kleiner! Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen! Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen! Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen! Es ist da! 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 Das ist eine Geil! Sonst ist ein Spiel, da bin ich eine Katastrophe so frisch bin ich! Aber ein schönes Spiel! Guck mal, der General! General G36! Weiß ich! Jetzt muss ich mal sagen! Dreh ich mir mal die Geilchen! Und dann liest ich schon an! Ja! Ich würde sagen, ich hatte Spaß gehabt bei dem Spiel! So! Geil! Schlauen! Abwind! In diesem Sinne! Töne! Töne mit der Öge, gell! Ja! Vielen Dank.